zu einem neuen video heute in diesem video zeige ich euch mal ein application glitch leute und für diesen application glitch braucht ihr einen eclipse tower dann braucht ihr in diesem eclipse tower einen aktiven heist am besten von dem ersten heist so dass ihr vielleicht erst nach rechts drücken könnt dass er eine tafel geht dann braucht ihr noch einen moc in den moc muss das fahrzeug drinstehen was sie duplizieren wollt und ihr braucht in irgendeiner garage einen lg h8 der sitzt bei mir in dem fall in der arena und ihr müsst wie ich im freies zielen sein leute wenn ihr das alles habt dann macht jetzt folgendes ihr geht jetzt erstmal in eurem bunker rein und geht in den moc rein und leute falls ihr fragt ihr dieses outfit euch machen könnt guckt auf jeden fall mein letztes video da habe ich euch gezeigt oder habe ich eher gesagt gezeigt wie man dieses outfit machen kann denn jetzt steigt in den easy einfach ein und fährt damit raus so wenn ihr dann ist draußen angekommen sei fahrt ihr den easy genauso wie ich jetzt einfach hier an die wand entlang und einfach hier zum rohr das oben links diese meldung steht wenn diese meldung dort steht steigt jetzt einfach aus eurem easy aus und lauft einfach nach draußen wichtig ist leute ihr müsst euch durch den teleportieren oder halt mit co helikopter zu den bestimmten orten kommen denn ihr dürft bei diesem ganzen glitsch kein persönliches fahrzeug sehr wichtig leute folgendes machen wenn ihr das noch nicht gemacht habt macht ihr das jetzt erstmal denn er geht jetzt nämlich ins interaktionsgenie geht auf markierungen ausblenden bei jobs muss das auf eigene sein und nicht auf ausblenden wenn das bei euch auf ausblenden ist dann macht jetzt einfach auf eigene und dann wenn ihr die auktionstaste drückt seht ihr auch schon dass ihr solche blauen jobs denn jetzt müsst ihr euch einfach hier zu diesen fallschirmsprung teleportieren das heißt ihr geht auf den job und dann einfach direkt zum starten und jetzt müsst ihr in der person join die in einem anderen zielmodus ist als ihr selber leute so wenn diese melde kommt drückt ihr kreis wenn sie auch nicht kommt ist auch egal aber wie gesagt jetzt einfach eine person join die in einem anderen zielmodus ist als ihr selber und ja leute wenn ihr dann der person beigetreten seite der das macht wartet ihr auf die erste schwarze meldung wenn diese kommt drückt ihr doppelt bis enterster und drückt noch mal auf der sitzung weiterhin so wenn dann wie mein fall so eine meldung kommt ich weiß jetzt nicht was das für eine meldung ist aber ich habe die selber noch nie gesehen aber auf jeden fall wenn da jetzt halt diese meldung kommt oder eine zielmodus also eine zielmodus änderung meldung kommt macht ihr halt einfach folgendes der kreis aber wenn da die gleiche meldung kommen sollte müsst ihr eine andere person nehmen und ja wenn ihr dann jetzt gespawnt seid wie ich lauft jetzt einfach nur noch zu eurem eclipse tower und wie gesagt falls ihr euch fragt wie man dieses outfit bekommt es ist sehr leicht ihr müsst dafür ein paar simple schritte machen guckt einfach mein letztes video leute und ja und dann einfach in den eclipse tower rein leute und am besten ihr macht das ganze in der freundessitzung oder irgendwie in einer anderen sitzung und ja ihr geht nämlich jetzt einfach zum eclipse tower und müsst dann wie gesagt jetzt hier reingehen und wenn ihr dran angekommen seid macht ihr folgendes ihr drückt die options taste geht auf einstellungen steuerung und stellt das hier einfach auf das war das falsche da hier doch müsst ihr auf standard fps drücken dass ihr mit l3 bei mir da dass sie mit l3 entschuldigt leute ich habe bei mir die steuerung umgeändert dass ihr mit r3 rennen könnt oder l3 ich weiß nicht wie es bei euch ist aber auf jeden fall dass ihr mit l3 oder r3 rennen könnt und wenn ihr das habt dann macht ihr folgendes erst mit das interaktionsmenü geht auf appartement stil und ändert einmal das design denn jetzt müsst ihr folgendes machen leute ihr müsst da rein laufen und währenddessen ihr das tut also ihr müsst rein rennen er gesagt und währenddessen das tut müsst ihr fall das nach rechts beim das heißt ich laufe jetzt einfach rein und beim weiteres nach rechts wenn das so sein sollte das so ein bisschen raus glitscht und der rahmen erst nach ein paar sekunden wieder kommt heißt es dass ihr das ganze nicht geschafft hat das heißt ihr geht wieder raus und ändert nochmal den appartement stil und jetzt das gleiche wieder leute ihr habt jetzt noch das appartement also das dieses interaktionsmenü geöffnet und rennt jetzt einfach wieder da rein und spammt weiter nach rechts und wenn das dann wie bei mir sein sollte dass ihr kurz im blackstream kommt und dass der rahmen immer noch da ist dann könnt ihr rausgehen und dann müsstet wie bei mir unten links die map weg sein und leute jetzt müsst ihr euch teleportieren also ihr müsst es gibt keinen anderen weg hier raus zu kommen denn jetzt teleportiert euch zu der garage woher halt ja den easy drin stehen habt oder das auto nicht den easy entschuldigt den lg da den lg drin habt müsst ihr euch jetzt nicht teleportieren bei mir ist es bei der arena das heißt job starten und personen die in einem anderen film ist als ich selber und wie gesagt wenn die meldung kommt mit torsten auch einfach annehmen das ist recht egal und wieder bei der ersten schwarzen meldung doppel psn taste und dann noch mal join wenn die gleiche meldung noch mal kommt andere personen ganz kurz so und bei der meldung dann einfach ablehnen und dann müsst ihr auch sehen dass ihr so ein loading screen habt oder irgendwie anders und dass ihr halt dann wieder spawnt wenn es bei euch jetzt so sein sollte dass ihr halt eben diesen laufsteen nicht mag könnt ihr den jetzt auch kurz wieder umändern denn das spielt keine rolle so hier einfach wieder auf standard so und jetzt lauft ihr einfach nur noch in eure arena rein oder eher gesagt in die garage wo der lg h8 drin steht denn mit dem müsst ihr jetzt einfach gleich rausfahren und kleiner fun fact wenn die gegenläuft dies braucht das einfach so und jetzt wichtig ist leute ihr müsst wissen wo der lg steht wenn ihr dies nicht wisst dann habt ihr die lg schon verkackt nicht mehr bei mir ist jetzt zum beispiel in der arena-werkstatt drin und ja ihr lauft dann jetzt einfach zu dem lg h8 und fahrt mit dem einfach raus dort sagt er zwei drücken rausfahren und für die leute die jetzt fragen ob es eine dreckige kopie ist oder eine saubere es sind dreckige kopien äh es sind saubere kopie entschuldigung heißt es sind unterschiedliche kennzeichen und ja wenn ihr dann jetzt draußen gesponnt seid und auto teleportiert euch einfach wieder zu eurem bunker zurück so ich nehme jetzt einfach diesen job dafür jetzt einfach wieder einer person die in einem anderen ziel muss ist als er selber wenn jetzt die gleiche person wie vorhin genommen könnt jetzt einfach x und kreis drücken und dann spawnt jetzt auch schon da wenn ihr dann jetzt wie ich dort gesponnt seid läuft jetzt einfach wirklich nur noch in eurem bunker rein einfach rein laufen leute ganz easy peasy und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht hat wie ich es im video gezeigt habe müsst jetzt auch noch euer auto was ihr duplizieren wollt an der wand stehen da ihr seht hier da steht an der wand und jetzt steigt einfach nur noch in den easy ein und drückt falls das nach rechts dann müsste so eine meldung kommen und wenn diese meldung kommt dann habt ihr alles richtig gemacht denn das original ist jetzt in dem mobile also in der mobilen kommando zentrale drin und in dem duplikat sitzt die gerade drin aber es ist wichtig dass ihr wirklich so hinstellt dass sie dann im endeffekt weil das nach rechts drücken könnte die kann mit dem auto nicht fahren ein zweiter vollladung drückt einfach x und das war's heute schon habt ihr ein auto dupliziert und falls unten links bei euch minimap sogar wiedergekommen ist könnt ihr den gadgets einfach wiederholen aber wenn ihr den wollt mit ihr die lobby wechseln aber ich wieder sagen leute lasst ein der gute hau da rein und ciao hau da rein und